einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer odin und ich begrüße euch zu einem neuen angezockt wie ihr seht tortuga a pirates tail ihr seht auch dass ich keine kamera dran habe das ist weil ich in 4k hdr aufnehmen weil das spiel 4k hdr hat damit ihr da so nah wie möglich an dem ergebnis seit wie ich die hier vor mir habe ihr seht das natürlich nur wenn ihr die video jetzt auf dem gerät guckt was 4k hdr kann fernseher monitor der das unterstützt ja sonst könnt ihr das nicht sehen oder wird euch die option nicht mal angezeigt 4k hdr wird euch nur dauerhaft so wir gehen aber erst mal auf optionen darstellung so schaue so 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 So, Gamma, Musik, obwohl ist schon 60, ist eigentlich gut eingestellt, können wir mal so lassen, würde ich sagen, geht ja gar nicht, habe ja kein Spiel, oh, wir können so eine Flagge auswählen, oder was? Oh, der erinnert mich ein bisschen an Chick Sparrow, die fehlt mir, ja, nee, nee, Name, oh, die, ach quatsch, oh, die, ah, da kann ich nur vor uns drücken, ja, tun ab, so, Flaggen, Entschuldigung, Flaggschiff heißt, Flagge auswählen, Oh, da kannst du ja drei auswählen, oi, 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 o ich finde so cool dass ich jetzt nicht so detailliert da sind also sah damals nun mal aus ich bin ein rotenkönig Das hat aber auch was, dass man mal was anderes macht. Ich bleib bei einem. Das sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Ich bleib bei einem. Ich würde es aber auf mir dreht machen. Das sieht auch geil aus, oder? Ein roter Totenkopf kommt natürlich auch richtig geil. Wir lassen das mal so. Statt, Statt. Niederlande, Inland, Spanien, Frankreich. Das ist jetzt Spanien und das wäre jetzt Niederlande. Ich finde die Insel eigentlich ganz anders. Nein, ich nehm das mal an. Stärkste Generation. Ja. Und dann ist rot. Niederlande. Was ist das für Spanien? Die Stärkste Generation soll auch Niederlande sein. So. Schwierigkeitsgrad normal, schwer, sehr schwer. Da gibt's kein leichter. Da gibt's kein leichter. Ja, nehmen wir nochmal. Ich bin mal gespannt. Das Versprechen von Freiheit und Reichtum. Oh, komplett in Deutsch. Dank schon vor Jahren aus der Karibik in die stickigen Hafenkneipen der alten Welt vor. Dort fand es auch seinen Weg in deine Ohren. Die Überfahrt, eine Mannschaft und ein kleines Schiff hattest du schnell, sagen wir, aufgetrieben. Doch was jetzt? Jetzt, wo Freiheit, Ruhm und vor allem der Reichtum auf sich warten lassen. Deine Mannschaft wetzt schon die Messer. Und wenn beim nächsten Beutezug wieder nur ein paar Krümel für jeden abfallen, werden sie dich einfach ausboten. Oder Schlimmeres. Ein richtig großer Fang. Die spanische Schatzflotte auf ihrem Weg nach Europa, so voll mit Reichtumern bepackt, dass sie schon fast von alleine in Neptuns Arme sinkt. Damit wäre dir schon geholfen. Aber du müsstest schon völlig wahnsinnig sein, allein in deiner Nussschale gegen den am besten geschützten Schiffskonvoi der Geschichte in die Schlacht zu ziehen. Dafür brauchst du ein besseres Schiff, eine größere Mannschaft und vor allem eine Bande verrückter Piratenkapitäne unter deiner Flagge, die genau weiß, was sie tut. Geil. Also, Käpt'n, die Segel sind gesetzt. Wohin soll die Reise gehen? Die Story of Takt ist schon mal geil. Die Story of Takt ist schon mal geil. Geht doch zu der Stadt da drüben. Um Städte tümmeln sich immer ein paar Händler. Schnappen wir uns einen zum Warmwerden. Halt, stopp! Wir wollen nicht zu dicht an die Stadt ranfahren. Wir wollen doch nicht, dass sie sehen, wie wir uns einen von den Händlern schnappen. Nochmal schnell umschauen, dass auch kein Militärkonvoi in der Nähe ist und hoch mit der schwarzen Flagge. Ah, auf zum Plündern! Wie mach ich das jetzt? Ah, mein Gott. Wir sehen eher nach unserer Schragenweite aus. Macht die Kanonen bereit! Wir sehen eher nach unserer Schragenweite aus. Macht die Kanonen bereit! Wir sehen eher nach unserer Schragenweite aus. Macht die Kanonen bereit! Ah, ja, die Seeschlacht. Hier werden wir den Großteil unseres Handwerks verrichten. Ich kann das Schwarzpulver schon riechen. Mach dich ruhig erst mal mit all den Sachen, die du hier siehst vertraut. Wenn du soweit bist, bewegt das Schiff näher an unsere Freunde heran. Kamera, die muss ich mir auf jeden Fall noch einstellen. Die ist zu weich. Platzier dich doch dann so, dass wir ihn eine richtige Breitseite verpassen können. Die ist zu weich. 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 wieder ein wir wollen ja nicht dass die leute in der stadt uns direkt verpfeifen hat spätsel sind und 20 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich glaube das ist noch nicht nötig. Ach da haben wir Provianten, da kann ich auch nicht loswerden. Ich dachte das ist ja meins. Ich dachte das ist im Spiel, das ist die bei mir zu Hause. Hier wohnt der erste Mann der Stadt. Wenn du dich mit einer Nation gutstellen willst, dann sind das die Stiefel, die du küssen musst. Hier erfährst du auch immer, wie dein Ansehen bei der Nation gerade ist. Jetzt sind die hier nebenan gerade los und kommen nicht so laut. Da haben wir ein bisschen Urkult. Na das ist hoppig. So. Hm. Wind. Ich sollte was zum Wind sagen. Moment, ich hatte mir doch irgendwo was aufgeschrieben. Naja, wenn du mit dem Wind fährst bist du sehr viel schneller. Na gut, hätte man jetzt auch selber drauf kommen können. Mit nem zweiten Kapitän können wir auch zwei Schiffe in die Schlacht führen. Das sollte leichtes Spiel geben. Wo sind sie? Ach da vorne sind die. Wo ist sie Josi? Josi? Wo hast du da einfach in dem Zimmer irgendwelche Löcher? Wo kommt denn? Unter uns oder neben uns? Über uns sind die Zeit keine Bauarbeiter mehr da drin. Und dann kommt die Tür von vorne. Brauche ich mal da eine Tür, sonst wo kommt. Tür ist nicht möglich. Ich weiß nicht, dass es da kommt. Tür aufmachen, dann hörst du. Ich muss eigentlich nicht. Du hörst doch, ob es von nebenan kommt oder ... So, gleich müssen die Tänien auch schlafen. Und da werdet natürlich sehr von Nachteil, wenn da gebohrt wird. Das ist wie die Tänien auch noch schnell. Ich weiß nicht, dass sich die Tänien nicht an der Nähe. Es gibt. Ich weiß nicht, dass sie gut sind. Also sein Tänien schmeckt, ist ja schwer, nicht zu. Die Tänien schmeckt wird. Glocken nur aufhören. Ich weiß nicht, dass sie zu. Es gibt. Es gibt. Ich weiß nicht. Es gibt. Es gibt. Es gibt. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wenn das so weitergeht, brauchen wir bald größere Schatztruhen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Je mehr die Mannschaft bekommt, desto besser findet sie das natürlich. Doch ein kleiner Tipp von mir. Gib denen nicht zu viel. Die gewöhnen sich daran und erwarten nächstes Mal genauso viel. So, Captain. Du hast wohl gedacht, mit dem Gold verteilen wären wir fertig und wir könnten weiter segeln. Leider nein. Wir müssen noch einen Kapervertrag für unsere nächste Fahrt aufsetzen. Wir Piraten lieben nun einmal unsere Verträge. Ist doch ganz einfach. Du machst ein paar wilde Versprechungen an die Mannschaft und die Jungs wählen dich wieder zum Kapitän. Aber Vorsicht! Hältst du dich nicht an deine Zusagen, werden es dir die Leute übel nehmen. Das behalte ich sehr wohl, kann ich gar nicht sagen. Perfekt! Dann einmal eine Unterschrift. Hier, hier und hier. Willst du eine Durchschrift für deine Unterlagen behalten? Gut, es kann weitergehen. Also, wenn es dir wirklich ernst mit der spanischen Schatzflotte ist, dann sollten wir einen alten Bekannten von mir besuchen. Er war seinerzeit Mat auf einem spanischen Schiff, das Gold und Silber nach Europa verschifft hat. Jetzt ist er ein alter Knacker, aber er könnte ein paar nützliche Informationen für uns haben. Das heißt, wenn ihm deine Nase gefällt. 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 Ich habe gerade den gleichen Einfall. Die kommen kaum vom Fleck bei der ganzen Fracht, die sie geladen haben. Das heißt, wenn ihm deine Nase gefällt. Die sehen aus, als wäre da was zu holen. Der war so schnell wieder weg. Die sehen aus, wie wir wirklich sind. Die sehen aus, als wäre da was zu holen. Die sehen aus, als wäre da was zu holen. Die sehen aus, als wäre da was zu holen. Die sehen aus, als wäre da was zu holen. Die sehen aus, als wäre da was zu holen. Die sehen aus, als wäre da was zu holen. Wenn hier die tatsache, so wie wir liegen. Die sehen aus, als wäre da was zu holen. Die sehen aus, bis man bei der verwundung werden. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, oh, oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Entschuldigung. Jetzt haben wir dich mein Freund. Zeigen wir denen wie es richtig geht. Ich komme immer noch ein bisschen mit dem rechten Stick. Hoch, runter, links, rechts, alles. Da komme ich noch ein bisschen durcheinander. Können die flüchten, die Schweine? Komm schon, die Feiglinge springen schon über Bord. Zeigen wir denen wie es richtig geht. So. Oh Gott. 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 Ich weiß nicht, wird nicht so doll. Zeigen wir denen, wie es richtig geht. Die gehen um so schnell nicht mehr auf den Geist. Ah, was für eine prachtvolle Nussschale wir wieder erbeutet haben. Es macht einfach nur Spaß, die rausgeputzten Röcke über die Planke zu jagen. So, ich bin jetzt aber schon bei einer Stunde mit bei. Dann würde ich sagen, dann hören wir hier langsam mal auf. Also Spanier müssen wir mal plündern, ich hab jetzt hier. Dann müssen wir erstmal in die Richtung, wo Spanier unterwegs sind, fahren. Aber ich würde jetzt hier erstmal einen Cut machen. Ich würde angezockt, würde ich sagen, reicht das. Ich finde das echt cool gemacht. Auch die Grafik, wie sagt 4K HDR. Die Grafik sieht auch gut aus. Ist halt ein kleines Spiel. Es ist jetzt nichts Bombastisches. Ich habe immer noch ein bisschen Probleme beim Analog-Stick mit dem Steuern. Steuern mit rechts das Schiff. Da ist mein Schiff. So. Mit rechts steuern. Mit dem rechten Anleger-Stick. So. Mit dem linken kann man dann hier hin und her gehen. Das ist, äh... Schnappen wir sie uns. Na ja. So. 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 So.